Musik Hi, ich bin Stefan Hagenbeck und der Director von 5 Ringe im Visier. In dieser Dokumentation kämpfen 5 Athleten und Athletinnen für das große Ziel, bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei sein zu können. Wir begleiten sie auf dem Weg durch ihre Höhen und Tiefen. Momentan ist die Corona-Pandemie genauso ein Tief, durch das sich die Sportler kämpfen müssen. Weil wir mit den Aufnahmen zur Doku schon im Oktober 2019 angefangen haben, zeigen die ersten Folgen die Sportlerinnen und Sportler in ihrer gewohnten Trainingsumgebung. Wir beleuchten also das ganze Trainingsszenario. Das aufregende Training in der eigentlichen Olympia-Vorbereitung, also die Zeit vor Corona, die Aufnahmesituation mit Corona und natürlich auch das Training und die Einflüsse einer Zeit nach bzw. mit Corona, also den neuen, viel längeren Weg zum größten Sportereignis der Welt. Musik Wir können als eine der ersten Dokumentationen eine solche Aufnahmesituation festhalten. Es ist eine Situation, die den Athleten und Athletinnen viel abverlangen und ihnen neue Besonderheiten und Hürden in den Weg stellt. Für die Dokumentation konnten wir einen Partner gewinnen, der wie die Athleten und Athletinnen auch eine ganz besondere Vereinsgeschichte hat, in der das Füreinander zählt. Die DBK-Versicherungsgruppe Die DBK blickt auf eine über 100-jährige Vereinsgeschichte zurück. Denn die Unternehmensgruppe ist genossenschaftlich geprägt und hat den traditionellen Vereinsgedanken tief in sich verankert. Sie ist damit zu einer der größten in ihrer Branche geworden. Und wie man das mit diesen Vereinsgedanken auch im Sport groß erreichen kann, zeigt unsere Dokumentation fünf Ringe im Visier. Wir zeigen hier Athleten und Athletinnen, die ebenfalls mit der Unterstützung ihres Vereins stark geworden sind. Um zu beleuchten, welche Rolle hier der besondere Gedanke spielt, beziehungsweise welche Rolle der Verein einnehmen kann, gehen wir in der Dokumentation auf verschiedene Fragen ein. Wie kann man mit dem Vereinsgedanken Großes schaffen? Wie kommt man vom ursprünglichen Hobby zum Leistungssport? Ist es für jeden umsetzbar und was muss man dafür tun? Nun, wir zeigen Athletinnen und Athleten mit dem Vereinsgedanken hin zu den Olympischen Spielen 2021. Sie sind in der Industrie zum Leistungssport? Untertitelung des ZDF, 2020